Guten Tag meine lieben Damen und Herren und Willkommen zu einer neuen Folge Minecrafts LuckySG, heute zusammen mit dem Typen da. LautschtelTV, hallo. Und wir spielen... Nein, oh jetzt hab ich mir nur die Tränke rausgeholt. Okay, komm mir nach, komm mir nach, komm mir nach. Wo bist du, wo bist du? Da, da, da. Warte. Da ist, da. Da, lass uns hier lang gehen, Richtung Zug. Nee, ich hab nur Tränke. Ich hab nur Brot und einen Steak. Ich hab zwei XP, kannst du damit Leute töten? Ja, die wirft ihr damit, komm. Oh, ich hab schon mich beworfen, verdammt. Oh nee, es werden wir sterben. 4 Sekunden. Da vorne ist ein Lucky Block, aber den holt sich der andere gut. Warte, lass den mich töten, der ist von Ritz über drunter gefangen. Der ist so gut wie tot. Das ist so gut. Wir müssen eh hier rüber. Da hinten ist ein Dorf. Ja, ja. Ich kennst doch noch ein Dorf. Ja, er critet. Der critet eh. Oh, sorry, ich sollte es noch zu ihm füsten. So. Das ist ein Lucky Block. Ah, ich muss nicht. Da vorne ist einer. Dann kannst du ja, du mal nehmen. Ich hab sie noch gerade genommen. Ach, ich hab ein Schwert bekommen. Das ist ein Lucky Block. Nice. Hast du für mich auch eins? Nee, das war ein einziges Holzschwert. Da vorne ist noch einer. Ja, dann nimmst du den. Obwohl, ja, ist ja nicht so egal. Kann ja auch unlucky sein. Okay, es waren Preie, guckt Fisch. Boah, ist ja auch nicht schlecht. Ja, wenn du essen brauchst, du Kiebel. Ich hab genug. Wo bist du? Ich bin... Du bist in die Kirche, oder? Nein, ich bin dahinter. Aber ich glaub, in der Kirche ist ganz oben auch noch einer da drin. Ja, ich schau einfach mal. Und man... Ich bin echt drüben. Nee, man kann gar nicht drauf bis ganz oben in die Kirche. Nicht? Ich dachte, man könnte meine Leiter hochklettern. Ich bin rechts von dir. Äh, links von dir, sorry. Jetzt hinter dir. Ah, nee. Das war nichts. Das ist jemand, der hat einen Lucky Block. Gib mir mal jetzt ein bisschen essen, jetzt wurde ich geschlagen. Das ist... Danke. Das ist so ein Lucky Block, der dich einmal zu jedem Spieler teleportiert. Und wenn du Glück hast, kannst du halt abstauben. Und dann mit einem Hit töten. Ich geh mal links... Ich hab mal mit dem Steinschwert. Ja, warte, nee, dann kommst du zu mir. Ich will zuerst noch. Aber du denkst, dass der nicht so guten PvP ist, der hat nicht meins Kind. Noch Schwert? Äh, ich hab mal... Du hast noch kein Schwert, oder? Nein. Okay, dann komm... Komm hier hin. Hast du Rüstung? Das ist nicht knallbar. Das ist nicht knallbar. Nein, leider nicht. Hast du schon ein Schwert? Ja, moll. Das war easy. Hier ein Schwert. Danke. Alter, wie viele Pfeile der hat. Ganz taft? 27. Und wie viele Bögen? Ein. Warte. Oh mein Gott, wieso hast du nicht... Ja, ich sag halt, da war schlecht. Das ist ja einfach One-Hit. Der dich einfach nur verfolgt, weil du gar nichts hattest. Ja, ich hatte nicht mal gehintet. Da ist ein Lucky Block drin. Ich hab mein Brot schon wieder komplett ausgegessen. Da ist ein Kuchen drin, wenn du ihn brauchst. Nein, nicht essen, der explodiert, wenn man ihn ausgegessen hat. Oh. Ich bin kein Sohort, wie wir Spiele erfahren wollen. Oh man, ich hätte ihn jetzt wirklich aufgegessen, ne? Ich hab jetzt auch gar kein Essen mehr, fällt mir grad auf. Hier hinten ist noch ein Lucky Block. Okay, ich geh da mal links. Ich hab noch ein Steinshirt bekommen. Jawohl. Da. Ja, komm, musst du laufen. Wow, okay, danke. Ich hab... Hast du uns... Du hattest einen Stick, oder? Ja. Wir sind hier... Da ist die Mitte. Lass uns zur Mitte gehen. Ich hab zwei Eisen. Ja, dann kannst du dir einen Eisen-Schritt machen. Chi, Chi. Ach, scheiße. Du verkackst auch immer so beim Seerosen-Weg. Seerosen, ja. Ach, da ist noch ein Lucky Block direkt am... Da hinten ist auch noch einer. Nice. Was auf die keiner genommen hat. Okay, ich... Holfst du dir den ersten... Okay, alles klar. Hey, ne Truhe. Da war gar nichts drunten, Leute. Doch, da groß. Ach, dann hast du raus. Ähm, wollen wir nicht mal zuerst das... Ja, okay, dann geh du da hin. Dann pass ich kurz zur Mitte auf. Okay, ich hab kein... Okay, ich komm mit zur Mitte. Wenn du auch noch anderes nicht wirst, es ist... Es ist nicht wahr. Wirf mal einen Stick zu. Hopp. Läftig. So, hopp. Halt einfach mal über das Holdshot immer in deinem Rissen. Hä? Was ist? Ich hab's gerade aus Versehen weggeworfen, hab's nicht mehr gesehen. Ich hab statt 1 Q gedrückt. Ähm, lass mal mit dorthin laufen. Ähm, da können wir vielleicht, ähm... Das Feld abernten. Funktioniert das so, Fungel? Ähm, nur indem du da drüber springst, glaub ich. Bin mir aber nicht sicher. Dann könnten wir Brot craften. Das wird zum Beispiel... Alle... Zurück in die Mitte. Wir rennen da weg und dann... Aber wie sollen wir das denn ahnen? Hast du noch ein Lucky Block? Nein, das war kein Lucky Block. Das ist normalerweise, wenn Nacht wird. Aber da ist einer. Nein, nicht. Ist der Grubi quitt? Ähm, nee. Sonst würde er jetzt nicht wegrennen. Okay. Warte, auf, komm, 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 komm. Der hat ein... Boah. Alter. Bitte hat der Essen. Der hatte kein Essen. Schwul, ich brauche Essen. Ich hab Steak. Hast du einen Stick? Ich hab einen Stick. Hier, da und da. Warte, nee. Nimm das hier. Nur das Eisenschwert direkt. Ja. Warte, nimm hier das andere Eisen, crafte dir einen Eisenhelm. Okay, danke, 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 danke. Kann mir sogar, ähm... Hier ist noch ein Eisen. So. Schuhe hast du. Da ist noch ein Halt dran. Da sind nochmal zwei Sticks. LOL. Hier ist ein Bogen. Ach, hab ich jetzt daneben geworfen. Kannst du jetzt gleich die Hälfte der Pfeil geben? Äh... Ja, der hat 13. So. So. Du hast meine Brust, oder? Ja. In der Truhe ist auch nochmal meine Brust drin. Vor mir. Ja, gut. Warte, ich bin gerne noch die Leaderboots. Ja, warum... Der war aber mega als schlecht. Dann, wie viele leben noch? Oh, das sind noch richtig viele. Dann, lass mal da rüber gehen. Da hinten ist, glaube ich, ein Dorf. Warte, danke. Junge. Ich geh mal schauen, da liegt noch ein Bierschwert. Wenn es dir du liebst auf. So. Ja, warte, ich kann uns Pilzzippe machen. Soll ich machen? Ja, kannst du machen. Ich geh schon mal vor. Achso, du brauchst keine? Ich hab noch zwei nicht gebraten Steaks. Okay. Alles klar. Besser Russ. Ich bin hier. Okay, ich sehe dich, ich sehe dich. Nö, ich ist... Irgendwo in ein Dorf. Ich weiß das. Ach, ich hab ein Verbrennungsschwert in den Heiß. Ein Verbrennungsschwert? Ja, Goldschwert. Dann erster Schlag mit dem Goldschwert und den Rest mit dir. Okay, das ist eine gute Kombo. Beste Takt. Mach, ich geh mal den Lucky Block hier. LOL. LOL. Danke für den Free Kill. Ich hab einfach Position mit dem Boot getauscht. Okay, kennst du den Blick zur Mitte? Klar, klar, klar. Ah, nee, vergiss das Deathmatch. Ich loote um noch ein paar Lucky Blocks. Jo. Wäre geil, wenn ich jetzt den bekomme, dass ich einen Hit austeilen könnte. Nee, wäre geil, wenn ich jetzt den bekomme, dass ich das eventuell mit dem tausche. Ist ein Holzschwert. Ja, ich hab noch mal eine Eisenplus bekommen. Ich hab Regeneration bekommen. Nice. Okay, ist jemand ein Zaubertisch hier irgendwo mit? Äh, ja, hier ist einer. Ich weiß aber gerade nicht, wo. Ah, ich weiß schon. Irgendwie ist eine Kirche da. Ich glaube, das schaffst du in 30 Sekunden nicht mehr, oder? Ja, das ist ein paar Sekunden. Nicht, dass dein Schwert dann da drinnen liegt. Ach, ich hab noch immer zwei Eisen. Doch, das schaff ich, das schaff ich, das schaff ich. Okay. Oh, 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 oh. Bitte, bitte, bitte. Und, 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 und? 10 Sekunden. Nee, ich hab keinen Lapis. Brauchst du, glaub ich, nicht. Doch, hier schon. Echt? Leu. Mhm, leider. Okay. Komm schon. Boah, ey, wie kacke ich bin. Minus down. Okay, ich geh jetzt drauf. Okay, wir machen, obwohl, gehen wir direkt zu, du hast bessere Rüstung und ich hab besseres Equip, okay? Ja. Ja, die Obau. Mit allem, was man hat. Mit? Das heißt, du hast den Verbrennungsschwert. Ich hab sogar drei. Ein Ding. Kein Ding für den King. Oh man, wie viele Pfeile hier einfach sind, die man... Das Video war ich einfach so schlecht mit dem Bogen. Ja. Komm schon. Okay. Da ist ja sch... Du. Und wo bist du? Ich hab keine Pfeile mehr. Ich hab noch 17. Get both of them. Scheiße. Was soll ich denn die Nahkunft machen? Nehmt Schneebölle. Schwul. Ja genau, komm her. Get burned. Get burned my friend. Get burned. Get burned. Schwul. Oh man. Egal. Geile Runde, Leute, schaut mal bei ihm vorbei. Link in der Beschreibung. Und damit hat er mich echt noch geholt, ey. Einem Herz, der scheiß... Der Nubo Spammer. Ja. Es tut mir leid. Also Leute, bis zur nächsten Folge. Ciao. 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 Ciao.